Guten Morgen! Ich bin jetzt auf dem Weg zur Schule und dort treffen wir uns dann mit Finja, denn sie muss auch ein Video für die Kulturwerke machen und zwar eine Schultour, ja deswegen dachten wir uns machen wir mal ein behind the scenes wie das aussieht wenn jemand ein Video für die Kulturwerke aufnimmt und ja, wird bestimmt lustig. Also wir bekommen immer zwei Busse für die Schule und der erste ist gerade angekommen und er war, I'm speaking in German. Der erste ist gerade angekommen, aber er war über voll. Heißt, er ist gestoppt und dann ist er ein Stück weiter gefahren und der zweite kommt. Aber auf jeden Fall, wir dachten, okay, dann fährt der Bus wohl weiter, aber er ist angehalten, hat angehalten. Und wir haben uns dann auch ein Stück wieder Richtung Bus bewegt, weil wir dachten, oh ja, er wartet auf uns und dann ist er einfach wieder weiter gefahren. Also Finja fängt jetzt gerade an ihre Schultour zu filmen und unser erster Stopp ist der Danceraum. Also, let's go. Sie macht das richtig professionell. Ja, und dann sind Leute aus meinem Kurs und sie praktischen noch so ein bisschen. Woooo, anders. Ja, Queen. Ich bin immer noch nicht so unbedingt Fan von diesem. Das ist der Mechanics-Raum. Das ist sowas wie Kunstunterricht nur mit Metall. Oh, scheiße. Schneide, schneide. Ja. Tschö. Wow, bester Kommentar. Aber ja, in Fashion, in Cosplay gibt es immer ein Assignment für das ganze Semester. Und ja, daran arbeiten die dann die ganze Zeit und ja, approving. Fun fact, das sind an I-Mobiles. Oh, kann man hier zum Frühstück kaufen. Ja. Ja. Es gibt eine Birthday-Wall. Das ist irgendwie sweet. No. Sie, ich werde dich vermissen. Ja, ich weiß. Oh, Finja im Culinary am Struggle mit einer Brieze. Yas, you're making cheese buns. Again. Looking pretty. Ich bin ja spreading the salt. Jetzt gerade haben wir als Rezept Taps nochmal zugetellt bekommen. Ja. Sofie zeigt uns jetzt mal richtig Speed. Let's go. Get it, get it, get it. Do it, do it, do it, do it. Uhhh, Slay. Wir müssen einmal kurz anmerken, dass diese Schafi Laster wirklich nicht so nice sind. Nein, ich weiß nur, denke ich auch nicht. Ich kann sie nicht öffnen. Ich kann es auch normalerweise öffnen, aber irgendwie funktioniert es gut. Yas. Sie gönnt sich Mr. Pretzel Pretzel. You want a pretzel? Mr. Pretzel. Mr. Pretzel Pretzel Pretzel. Yes. Okay, Madison hat gebacken und sie wollte Cookies machen. Aber irgendwie wollte sie auch Muffins machen. Und jetzt hat sie einen Cookie Muffin. Holz. Okay, also zur Aufklärung in Construction bauen wir gerade eine Art Haus oder Gebäude und wir sind gerade an den Wänden dran. Und ja, jetzt habe ich gelernt. Hey! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!